ja und hallo und herzlich willkommen wieder zu einem let's play on hold on old hardware nicht hold hardware und old hardware und ich bin jetzt hier wieder mit meinem alten apple 2c von 1984 zugange und bevor ich anfange damit auch noch mal so ein paar nette videos über spiele zu machen will ich doch mal ein bisschen zeigen was ich in den letzten wochen so hier gemacht habe um halt einmal zu gucken an hardware und an sachen discs und so weiter was ich mir sind so alles besorgt habe schauen wir doch mal gleich auf das erste teil was ich bekommen habe und dazu schauen wir gleich mal halt hinter den apple 2c dort wo die anschluss sachen sind zum einen habe ich mir ein ordentliches kabel mein ordentliches kabel geholt um den grünen bildschirm anzuschließen einfach damit halt das signal ein bisschen besser an den grünen bildschirm kommt hat aber nicht so wirklich viel auswirkungen gehabt das bild bleibt weiterhin ganz normal grün zwischenzeitlich habe ich gedacht ich kann das kabel auch nehmen um an den fernseher anzuschließen nur um dann festzustellen am fernseher kommt ein schwarz weiß bild an wie ich es mir schon fast gedacht habe nach dieser erkenntnis blieb mir nichts anderes übrig als zu gucken mal im internet was gibt es denn für neue tolle interessante sachen damit ich auch mal farbe aus dem eigentlich farbfähigen computer zu kriegen und bin da aufmerksam geworden hier auf dieses gerät einen apple 2c vga adapter der hat entsprechend an der einen seite hier einen vga anschluss da steckt auch schon der vga bildschirm drin und neben dran halt auch noch mal einen kompositent anschluss der ein farbfähiges komposit signal ausgeben kann für den fall dass man da dann doch mal einen fernseher wieder anschließen will und dann hätte man auch dieses farbfernsehsignal was es bei den amerikanischen apple 2c gibt was es hier aber bei den europäischen scheinbar überhaupt nicht gegeben hat denn dort kam immer nur schwarz weiß halt heraus ja das ganze ist ein kasten der hat halt relativ viel technik drin um halt entsprechend das signal was hier beim apple 2c und jetzt muss ich mal gerade die kamera drehen dass ich das auch richtig sehen kann hier was hier hinten hinten raus aus dem richtig drehen so aus dem monitor anschluss für jetzt muss ich mal richtig mal abziehen ja so was hier hinten aus diesem monitor anschluss nämlich kommt was nämlich der anschluss für ja farbmonitor oder aber auch das display was oben drauf kommt gekommen wäre ist und das bietet halt die möglichkeit hier vollumfänglich vollumfängliche farbsignale reinzugeben wie gesagt in diese kleine box und die wandelt das dann entsprechend um in ein farbfähiges signal was dann an einem ganz normalen vga monitor benutzt werden kann idealerweise wahrscheinlich eher ein röhren monitor aus der älteren zeit aber auch ein und jetzt kommt ein neuere flachbild lcd monitor breitbild monitor ist da machbar was anderes habe ich auch zurzeit nicht zur hand aber da funktioniert es auch ganz gut gucken wir uns dann gleich auch noch mal an ja direkt daneben habe ich noch den grünbildschirm denn es ist möglich beide gleichzeitig zu betreiben und ja gut den werde ich dann immer ausgeschaltet lassen aber hier mal zum vergleich zwischen den beiden monitoren werde ich es dann entsprechend anlassen ja weiterhin bin ich etwas stöbern gewesen denn ich wollte ja auch einiges an spielen und auch natürlich auch an software und so weiter die es inzwischen zuhauf im internet zum runterladen gibt auch gerne bekommen dass ich hier auch ein bisschen was mit machen kann und auch vor allen dingen ein bisschen was mit zeigen kann und nicht nur die paar grünbildschirm textprogramme die ich früher benutzt habe zeigen zu können und dazu habe ich mir halt entsprechend gleich mal was geholt warum mit man neuerdings oder seit einigen jahren auch wunderbar daten übertragen kann an den apple 2c also zum einen das muss ich jetzt mal und dann zeige ich das direkt so wunderbar also brauchen wir beide hände ich habe hier zum einen einen ganz normalen usb auf komport adapter damit ich an einem laptop oder an einem neueren pc die ja keine komport mehr haben anders als die geräte noch in den 90er zeiten dass ich dort ein komport mehr erzeuge der hat einen entsprechenden chip drin damit da ist usb 2.0 und hat einen entsprechenden chip drin damit er auch ohne probleme gleich unter windows 10 oder windows 7 entsprechend erkannt wird ohne dass man großartig was einstellen muss das wäre das eine dadurch habe ich dann einen komport und das nächste ist ein kabel was quasi na so ich habe es gerade mal aus dem apple raus gezogen um es hier auch gleich mal zu zeigen ja einmal auf der einen seite hier natürlich ein komport anschluss der wird dann hier mit dem usb verbunden und auf der anderen seite den runden seriellen anschluss der dann in den modem stecker bei modem anschluss an dem apple 2c gesteckt wird wo wir das ganze doch gleich mal machen schließen wir hier halt entsprechend an so dann kann ich den in den laptop stecken und den hier nehmen wir die kamera gerade mal wieder mit schließen wir dann entsprechend gleich hier hinten da in den komport an so gut wunderbar und damit hätten wir dann auch die die möglichkeit jetzt mit diesem kabel ja also wir wollten es ja noch in den computer stecken habe den laptop hier direkt daneben bereit richtig rum verkehrt rum wird sofort erkannt und dann kann es losgehen also was passiert mit diesem kabel hier was ich hier so lang gelegt habe damit lässt sich dann eine software starten auf dem pc die nennt sich adt pro dann muss man nur im prinzip ein paar befehle eingeben und ich kann das mal ganz kurz demonstrieren und dann lässt sich software halt übertragen so einmal diskette raus damit der computer gestartet werden kann zeigen wir gleich mal das bild von beiden unterschiedlichen äh grafiksystem quasi einmal in grüne grün und einmal auf dem monitor so einmal den grünen bildschirm das hatten wir schon beim letzten mal gesehen ja wunderbar es flackert hin und wieder mal in die kamera sowieso und auf der anderen seite haben wir hier jetzt in schwarz weiß der start screen auf dem flach bildschirm auf dem vga bildschirm so gut gucken wir mal wie die hardware funktioniert erstmal das kabel gut also ich habe das kabel angeschlossen und im prinzip ist relativ einfach man hat am bildschirm sein adt pro am laptop jetzt zum beispiel und das startet man und dann geht halt entsprechend ein fenster auf ein bisschen näher ranzoomen und in diesem fenster nachdem ich das ja schon eingestellt hatte wählt man dann halt entsprechend das serielle kabel aus und damit ist er connected oder ist zumindest connected zu dem seriellen port erstmal anschließend wählt man hier quasi bootstrapping aus mit zum beispiel prodos andere sachen habe ich da echt noch nicht ausprobiert braucht ich bisher auch nicht und wähle hier dann speedy boot aus und bekomme sogleich die anweisungen was ich auf dem apple eingeben soll ich soll nämlich direkt auf der star auf der startinterface in raute 2 eingeben und control a 14 b und damit lässt sich dann entsprechend ja der computer quasi über diesen seriellen port booten schauen wir doch mal gleich wie das funktioniert drehen wir mal gleich die kamera wieder hier ab zum großen bildschirm so rauszoomen ab auf den bildschirm nicht mehr auf den grünen bildschirm den können wir gleich nochmal zeigen so also wir drücken dazu jetzt erstmal control und reset damit kriegen wir die eingabeaufforderung und jetzt können wir eingeben in lattenkreuz 2 das steht für eingabe gerät nummer 2 was letztendlich der modem port auch ist eingabe gerät 2 so der zweite card slot quasi beziehungsweise bei mir ist es ja der zweite anschluss dann control a drücken und schon bekomme ich ein anderes zeichen jetzt ist fragezeichen als eingabe und wenn ich jetzt 14 b eingebe und es wird nicht auf dem bildschirm ausgegeben und dann enter drücke passiert nichts also er zeigt nichts an ist aber auch kein fehler also alles soweit in ordnung und ja dann starten wir jetzt einfach mal auf dem laptop das bootstrapping mit ok und man sieht plötzlich es werden daten über das serielle kabel in den apple 2c geladen und das geht wirklich extrem schnell hier muss ich echt sagen und ja er lädt im prinzip gerade ja da ist es schon das programm adt pro und mit diesem programm lassen sich dann verschiedene konfigurationen sachen machen zum einen natürlich lässt sich software auf den pc übertragen dadurch kann man sicherheitskopien machen von seinen ganzen disketten und die dann quasi sicher auf dem pc auf einer neueren festplatte und so weiter auslagern man kann aber auch daten quasi erhalten mit recif das ist das was ich ja die letzten wochen häufiger gemacht habe um einfach mal ein paar disketten zu bespielen mit programmen und mit spielen dann hat man noch verschiedene dia batch cd funktion für listings und so weiter eigentlich nicht ganz so wichtig volumes config kann man machen wichtig ist eher dann nochmal format damit kann man dann auch disketten gleich formatieren hier vor allen dingen wenn man halt disketten frisch bespielen will mit recif ist das wunderbar so ja viel mehr werde ich jetzt hier gar nicht rein gucken denn ich wollte euch jetzt nicht adt pro zeigen dazu gibt es ohnehin bei adt pro und wo man halt kabel und also was bekommt und in der apple szene genügend videos wie das ordentlich benutzt wird ich wollte euch nur mitteilen jetzt mit dem kabel und so weiter solche möglichkeiten gibt es und ja für mehr dann müsst ihr einfach mal die anderen sachen schauen ich muss nicht alles doppelt und dreifach erzählen wozu es jetzt schon zig videos gibt es gut ja kamera stehen lassen denn jetzt gucken wir uns doch mal an was denn die andere hardware macht nämlich der vga adapter ja und womit lässt sich der vga adapter am besten gleich mal demonstrieren wie schön er farbe machen kann am besten mit einem spiel hier jetzt zum beispiel das originalspiel noch von früher california games damals in den 80ern doch relativ gut bekannt und ein schmuckstück quasi an netten zeitvertreib ja und ja die sind zumindest durch die welt gegangen also ich habe da auch summer games 1 und 2 und so weiter gehabt das waren quasi so die hauptspiele damals zu der zeit und neben dem anderen was quasi alles so für denjenigen der halt nicht so richtig bescheid wusste eben dann eher im unbekannten blieb so ich habe die diskette reingelegt und das wollen wir mal gucken wie die farbe aussieht schalten wir ihn ein und man sieht beide booten sie also beide bildschirme zeigen halt die daten an und ja muss ja jetzt langsam mal das spiel laden braucht halt eine weile hier beim apple geht eigentlich relativ schnell es sind ja immerhin auch nur 140 kilobyte auf seiner diskette und da kommt es schon so und da sieht man den krassen unterschied wenn man mal guckt der grünbildschirm wo die unterschiedlichen farben durch verschiedene schaffierungen gemacht worden sind und wenn wir uns jetzt mal den farbbildschirm anschauen über den adapter sieht man genau die farben blau orange weinrot gelb ja und weiß und schwarz fehlt eigentlich nur noch grün ja und ein grünstreifen ist an der seite auch noch dran und damit habe ich eins zwei drei vier fünf sechs ja alle bunten sechs farben plus weiß und schwarz sind es im prinzip acht farben die er haben kann sehr schön sage ich nur gut das soweit jetzt alles hier von dem kleinen überblick zur hardware vielleicht gibt es demnächst nochmal einen neuen überblick denn eine sache ist mir jetzt schon aufgefallen ich habe keinen joystick und äh der joystick port wenn ich jetzt mal hier den mouse port nehme joystick kommt ja in diesem gleichen port rein diesen DIN 9 9 poligen DIN adapter nur dieser hier ist genau andersrum wie diese amiga joysticks oder c64 joysticks und dementsprechend etwas besonders leider gibt es bei ebay auch scheinbar nicht wirklich irgendwelche joysticks zu kaufen und wenn glaube ich zu irgendwie horrenden preisen mal gucken ich habe so einen adapter gefunden bin mal gespannt ob ich mir den wirklich holen will weil einige sachen hier gerade bei einigen spielen ist es schon sehr sinnvoll sich einen joystick zuzulegen und ich will doch ein bisschen spaß haben auch mit dem apple 2 c und nicht alles nur mit der tastatur machen also soweit also zum apple 2 c und ja dann sehen wir uns wieder wenn es demnächst weiter geht mit let's play on hold hardware vielleicht dann auch mal mit dem allerersten spiel was ich vorstelle bis zum nächsten mal sagt der captain bis zum nächsten mal Vielen Dank.